Moin Leute, jetzt kommt's zu einem neuen Video bei mir, Jakobus. Und heute haben wir auch einen Special-Gast, das war ja tatsächlich den Juli Juhl. Moin Leute, ich wusste, wir gehen raus an den Jakobus. Ihr könnt auch mal seinen Kanal aufchecken, er hat auch ein neues Mindshow-Video mit mir hochgeladen. Und sorry nochmal, dass ich jetzt so lange kein Video mehr gemacht hab. Es lag einfach daran, dass ich viel mit Schule hatte, bla bla bla. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, wir werden jetzt tatsächlich 5, also 4 bis 5 ungefähr, schreib ich wahrscheinlich in den Titel, Brawler auf Rang 5 zu pushen. Und ja, weil ich will meinen Account so auf Max-Level praktisch haben, so auf der unterste Brawler Rang 15. Vielleicht in einem Livestream mal alle Rang 15 und dann im nächsten Video mal die Hälfte Rang 20 und dann im letzten alles Rang 20. Und ja, auf jeden Fall, ihr könnt euch das Video gerne reinziehen von Juli, das Mindshow-Video. Und wir zocken jetzt erstmal. Ich werde jetzt, by the way, auch etwas länger den Brawl-Pass nicht mehr holen, weil ich gerade auf ein neues Handy spare. Weil die, die im letzten Livestream dabei waren, wissen, dass ich mein Handy ertrinkt habe. Ja, Juli weiß es auch. Hallo. Ah, Malta. Ich habe es eine Minute später tatsächlich erfahren. Ja. Da konnte ich ihn noch anrufen. Ach, Juli? Oh nein, oh nein. Hör, 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 hör. Ja, ich habe nichts gesagt. Ja, okay, aber ich habe auch mies geholfen. Komm, komm, komm. Ah, schade. Ich sage, Grom wird manchmal auch unterschätzt, Armin. Ich meine, ja, er ist jetzt nicht so stark, aber... Ich meine, guck mal, du kannst durchspammen und eventuell musst du nur einen einzigen Shoot treffen, wenn ich. Ähm, ja. By the way, Juli hat auch den neuen Bruder Kenji. Ich weiß nicht, wie man ihn genau genommen aussprecht, aber egal. Juni, ey, der schillt von ihm. Ist halt mies krass, ne? Was soll ich machen, Armin? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Grom. Ich kann viel machen, aber nichts gegen den Kenji halt. Komm. Ja. Ah, das war eine Waste-Ultie von mir. Ah, Juli, bitte, geh raus. Das war eine Waste-Ultie, Leute, von mir. Oh nein, 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 oh nein. Let's go, let's go. Ah, schade, nein, nein, nein. Verdammt. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ehrlich, was soll ich machen? Oh, schade, schade, schade. Ja, was soll ich machen? Ich meine, es ist Kenji, was soll ich machen? Kenji, was soll ich machen? Ich push, würde ich sagen, jetzt erstmal nicht Grom, weil Grom würde ich sagen, das ist das letztes von den allen Brawler machen, weil ich habe ja viele, viele Brawler, die ich hochpushen kann. Das ist tatsächlich im Moment mein höchster. Das ist tatsächlich Penny, Power 9 habe ich die sogar. Äh, ja. Ja, und es werden jetzt wahrscheinlich wieder mehr Videos und mehr Shorts kommen, aber halt erst in den Ferien wahrscheinlich ein Halloween, wird natürlich ein Halloween-Special natürlich kommen. Also, ja, nicht, dass ihr denkt, dass es da kein Video gibt. Ich weiß natürlich auch nicht, ob es genau an Halloween kommt, weil ich meine, ja, ihr wisst ja Halloween-Familie, bla bla bla, und ja. Denkst du, du wirst ein Video machen, Juli? Ich? Ja. Naja, ich werde wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich, ob es ein Video kommt, an Halloween, aber ich weiß nicht, ob now an Halloween kommen wird. Ich werde es wahrscheinlich an Halloween aufnehmen, aber vielleicht kommt es auch erst später. Also, ich weiß nicht, ich finde, vor Halloween eventuell aufnehmen und an Halloween dann hochladen. Es lohnt sich dann halt irgendwie mehr, aber ich finde dann so, wenn du ein Halloween-Special an Halloween hochlädst, ja, besser. Ich denke, ich werde, ich denke, ich werde, also, ja, ich sage, ich muss, ich muss gleich aufhören, okay. Also, du kannst das Video dann ohne mich weitermachen, checkst du? Ähm. Das passt ja alles schon. Oh, oh. Ich kann eventuell die Bibel, oh mein Gott, hä, warum mache ich keinen Schaden auf einmal? Also, ich kann bei du ja nur noch diese Runde. Ah, okay, das ist dumm mit mir auch, aber egal. Machen wir dann schon. Aber das Ding ist, boah, ich könnte den Ash rausnehmen. Junge, wie bekannter war das gerade? Junge, ich habe gerade gegen einen Pearl, ich habe gerade gegen einen Pearl fast verkackt, aber ich war so low, aber ich habe es trotzdem noch geschafft. Ja, ein Freund von mir tatsächlich, Juli, davon weiß ich noch gar nichts, der hat seinen Account verloren, tatsächlich. Ähm, ja. Also, der ist, ich darf den Namen ja nicht erwähnen, aber er hat sich seinen Account verloren. Ich glaube, er war kurz vor den 10.000, äh, nee, den kannst du nicht, der war kurz vor den 10.000 Trophäen und dann einfach mal so random seine Brows gestartet und der Account war weg. Ich glaube tatsächlich, dass das irgendeine Art Bug ist. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber egal. Vielleicht wurde er gebannt oder so. Nee, er war der 10.000 Trophäen-Spieler, er konnte wirklich schlecht spielen. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Grund ist, dass man gebannt wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Ah, ich fange leider halt leider, oh, schade. Ja, was will ich machen? Jetzt muss ich tatsächlich dieses Video für euch beenden. Schaut gerne auch bei meinem Minecraft-Titel vorbei. Ja, ja. Tschü. Tschü, Juli. Ja, tschü. Ja, Leute, jetzt bin ich alleine. Ich habe mich im Stich gelassen. So, da haben wir pushen, würde ich sagen, mal bell einfach weiter. Äh, ja. Äh, das Minecraft-Video mit Juli, das habe ich tatsächlich, haben wir tatsächlich auch ein bisschen davor geplant. Also, es wäre wirklich cool, wenn ihr euch das mal anschauen würdet. Äh, wir zocken, by the way, Badrock. Also, nicht, dass ihr denkt, wir zocken Java oder so. Das habe ich auf dem iPad, nee, nicht auf meiner Nintendo Switch, habe ich da gezockt. Äh, ja. Seid ihr eigentlich eher Team Nintendo Switch oder eher Team PlayStation? Oder Team Xbox? Oder Team Gameboy? Nein, Spaß. Na, wohl Gameboy, ja, ich weiß nicht, ob einer von euch noch ein Gameboy hat. Oder Team... Was gibt es noch für Marken? Xbox, PlayStation, Nintendo? Keine Ahnung. Sony. Sony ist ja mit PlayStation so zusammen. Aber egal. Oh, jetzt habe ich wieder so geile Randoms, die mir wahrscheinlich nie helfen werden und nichts machen. Ja, 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 solche habe ich. Komm, jetzt geht die doch. Komm. Ah, scheiße. Oh, oh, Junge, diese kackt zwei Leben, Alter. Oder waren es drei, keine Ahnung. I don't know. Let's go, okay, okay, der war okay, der war okay. Komm. Der Barry, der tut halt wirklich mies weh. Ich kann jetzt zum Glück diesen Schuss hier, der ist eher mir, einen schon mal gefahrt zu. Ob ich ja das machen muss, jetzt, oder doch? Bam, bam. Oh, das wäre so schön gewesen. Hätte ich ihn jetzt getroffen, dann wäre das legendärer, wäre das ein legendärer Treffer gewesen. Aber vier Teams, ne? What should I do in this situation? Dafür. Hä, war hier nicht? Oh, fuck. Kack ich immer diesen. Nein, 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 nein. Ich. Wenn du jetzt da drauf gehst, Moe. Wenn du jetzt auf den drauf gehst, ja. Ja, okay, wenigstens. Nein, nein, da war der Pöl, da ist der Pöl. Also, ich zock Solo. Ich habe jetzt beschlossen. Ich zock Solo. Äh, ja. Auf jeden Fall, das Video wird wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen. Also, ich hoffe natürlich, bis die halt alle RAM 15 sind, aber, ja. Das heißt, da alle vier bis fünf, wenn die RAM 15 sind. So, jetzt kann ich endlich mal richtig rein starten. Ohne einen schlechten Mate. Ich sag, du, du ist so eins, weil das ist alle. Natürlich Solo. Es ist natürlich auch nicht so krass für mich. Ich bin jetzt auch nicht so gut mit Bell, vor allem. Bell, meiner Meinung nach, finde ich jetzt nicht so stark, hätte ich gesagt. Ich kann mir echt nicht gut so gut umgehen mit dem Roller. Komm, bitte. Let's go, Digga. Das war auf den Punkt, genau, aber egal. Ja, ja, ja. Oh, fuck, oh, fuck. Ach, ich kann das nicht. Kenji ist so ein No-Skill, was sowas angeht. Der hielt sich da 10.000 Leben hoch und dann stand da drauf. Das ist halt krass. Und das Krasse ist, ich habe nicht mein Kind. Ich halte den sogar noch frei. Das ist immer noch krass. Äh, ja. 21 oder 21 ist ganz okay. Warte mal, habe ich gerade 21 Uhr gesagt? Ne, 20 oder 22, okay. 21 Uhr, wäre nämlich ziemlich, ziemlich, ziemlich stressig. Ähm, habe ich eine Hausaufgaben, ne. Äh, ja. Wie gesagt, mit der Schule habe ich gerade eine Menge Stress tatsächlich um die Ohren. Gönne ich mir jetzt mal. Das ist echt natürlich, werde ich natürlich von allem wieder gefokust. Natürlich. Wer kennt es nicht, Armin? Wer kennt es nicht? Das war schon mies, ne. Also, ja, der tat das schon wie für die anderen definitiv. Das war jetzt sie, ne. Ja, 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 ne. Ja, ach, nee. Jetzt greifen mich da gleich zwei an. Okay, nein. Ja. Ich will mir noch nicht so sicher gehen. Ich habe sieben Cubes. Ich meine, ich mache viel. Gehen die jetzt einfach zu mich? Die gehen jetzt nicht über mich, oder? Ob ich sieben Cubes habe? Ja. Ich mache einmal einen da rein und dann war es das schon. So, ja, ist ganz nice. Sie ist da. Aber egal. Dann würde ich einfach mal draufschießen, dass sie halt, ja. Weg geht mal von da. Und let's go. Ja, okay, sie will. Ja, okay. Aber egal, wir sind Vierter. Das ist ganz gut. Da kann ich endlich mal rausgehen. Ja, oder so. Ach, komm. Komm, komm, bitte, bitte, bitte. Bam. Bitte, bitte, bitte kille sie. Kille sie doch, kille sie doch. Killt sie doch. Was für kille sie doch vor allem. Ah, obwohl. Ist das korrekt, das deutsche Teil auch? Ich weiß es gar nicht. Ich habe kein Deutsch. Wusstet ihr schon? Ja, okay. Wusstet ihr schon seit letztem Livestream, oder? Na, jetzt, wer hat Angst vor mir, ne? Wer hat Angst vor mir? Oh, der war mies. Zweiter noch. Wenn ich jetzt Dritter bin, ne? Let's go. Zweiter. Das war so knapp. Aber egal. Hat mies geschmeckt. Gleich den erst mal 15er von den 4 bis 5 Stück. Let's go. Das ist jetzt die entscheidende Runde, ey. Ich muss Erster oder Zweiter werden. Ah, Draco wird schwer. Ah, generell eine schwere Runde. Vor allem gegen die Lily und alle Dracos. Gegen, kann ich echt nicht viel machen. Ah, gegen den Angel. Kann ich gegen den was machen? Das hat immer die andere Frage, ne? Naja, ne? Oh, das hat schon weh, ne? Ach, Junge. Angel kann doch echt gar nichts, oder? Bin jetzt auch rausgenommen, das ist ja. Bin jetzt halt tot, ne? Ja, das bleibt mal schön da hinten, ne? Oh. Das hat jetzt schon gar nicht mich gut. Ja. Bro. Ja. Hörst du halt ab, ne? Zuckt mich nicht. Aber wir haben wir hier, weil ich kann Bock haben auf Fight irgendwie. Das ist halt dann nicht so spannend. Ja. Mit Short wird wahrscheinlich auch kommen bald. Wahrscheinlich gleich mit dem Video, Leute. Ja. Ja, Leute. Spannendes Video. Ich camp hier. Bla, 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 bla. Und ja. Ich meine, wahrscheinlich haben die anderen 10.000. Ja. Weg da. Wahrscheinlich haben die anderen alle 10.000 Cubes. Und ich bin der Einzige, der keinen einzigen Cube hat. Okay. Äh. Es ist jetzt schwer. Was soll ich machen? Ich kann nicht so lange campen noch. Und das schmeckt mir eigentlich auch, ne? I mean. Jetzt sind halt ein paar Leute raus. Und ich bin gesichtet. Aber wir sind Fünfter. Fünfter. Noch ist es ganz okay. Und schmackofatzig. Niemand hat es gesehen, dass ich oben bin wahrscheinlich. Niemand? Okay, ja. Okay, geil. Let's go. Vierter. Schon mal mies geil. Aber ich glaube, ich muss wirklich Zweiter oder Erster werden. Ja, ich hoffe zumindest, dass ich das werde. Wenn nicht, habe ich ein großes Problem. Ja, ich habe zumindest gefokustet, Chuck. Das ist ganz nice. Ich muss ja eigentlich raus, ne? Was soll ich machen? Oh, warte, 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 warte. Warte, ja, genau, genau, genau. Jetzt. Digga, wie knapp war das? Digga, wie knapp war das? Ja, diesmal habe ich definitiv Spaß gehabt. Junge, 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 war das knapp. Aber der erste Raum 15er. Let's go. Junge, aber es war mies knapp. Ah, ich habe die 31.000 wieder. Geil, geil, geil. Junge, war das knapp. War das knapp, was dem Raum 15er-Metz wahrscheinlich, was ich je erlebt habe. Boah, wenn ich jetzt mal pushen wieder. Squeak, 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 Squeaky. 100 Credits. Oh, schmeckt mir. Ah, wo ist es? Habe ich 1.000, das ist schon mal mehr. Im Brawl Pass hätte ich jetzt wahrscheinlich schon kein Typ. Aber egal. Stimmt, da hätte ich auch Moe, ne, Moe nicht. Ne epische, ne? Ja, ne epische. Neue, ne stimmt, auf neun epischen freue ich mich auch mal wieder. Kann ich mir endlich mal wieder so ein... Nein, 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 nein. Komm, bitte. Bitte, jetzt dann nur noch die rosa. Come on. Come on, bitte. Let's go. Und jetzt, verpiss dich bitte. Niemand mag das. Komm. Ja. Ja. Ha. Geil. Puh. Puh. Hm. Geil, geil, geil. Lass mal hier rein. Okay. Let's go. Da ist niemand. Da auch. Ja, wir sind schon drei. Das reicht eigentlich schon fast aus eigentlich. Ja. Ha. Geil. Bin ich Erster. Das kommt ziemlich wunderbar, aber egal. Ja. Fast jetzt weiter am 15er. Ich habe, glaube ich, heute mies gepusht wieder. Das heißt, er mies gepusht. Ich habe, okay, viel gepusht. Hä. Okay, okay, okay. Von Kenji muss ich jetzt mies aufpassen. Ja, ich bleib hier, würde ich sagen. Ja, es bleibt hier. Fürs Erste zumindest. Mal. Ah, ich kann auch unten sogar rein. Ich weiß gerade nicht, wie schlau das ist, aber ich mache es einfach mal. Hör, 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 hör. Wer hat noch dieses Blop-Fisch-Dinge? Komm, bitte. Bitte, okay. Danke, Kenji. Du hausabst, das ist noch mehr als alles andere eigentlich, ne? Ja, Leute. Jetzt sind wir wieder hier mit den Zehensstundigen warten im Gebüsch. Alter, ihr Kack-Spongebob, Leute. Er hat so coole Sprays und Pinsen. Okay, ich habe einen Spray. Ich weiß nicht, ob das jetzt so cool ist, aber... Oh, nein, nein. Jetzt Erster wäre natürlich mies geil. Zweiter wäre auch okay, darum bescheu ich mich nicht. Aber Dritter auch. Vierter natürlich auch. Ich meine, ich bekomme Plus. Das ist gut. Ja, let's go, Dritter, Dritter, Dritter. Rein damit. So. Ein bisschen lucken. Ja, der Kenji hat mich ge... Ja. Alter, aber egal, aber egal, aber egal, 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 egal. Komm, legende. Ja, 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 lege dir. Dann, äh, Club. Perfekt. Ja. Denk dran, ein Creator Code im Shop zu verwenden. Das haben die mittlerweile schon dran. Das haben die mittlerweile schon dran. Dem unteren... Diese Spike Socke ist auch in jedem Kack-Loading-Screen, oder? Seht ihr die da mal unten? Die Brawl Pass, keine Ahnung, überall ist die... Brawl Pass ist der Safe Trauma von der... Oh, ehrlich. Kannst mir doch nicht erzählen, dass mich dir irgendjemand angreift. Und das ist, by the way, immer noch der Special von den 30.000 Trophäen. Dieser Skin. Also, nur der, der dabei war, der weiß es noch, dass das für den, von den 30.000, der, der krasse Skin war. Den wir natürlich gezogen haben, von der aus dem Legenden-Zartob, der natürlich mies krass war. Aber mies. Ich muss ja nicht raus, ne? Ja, ich muss hier schon raus, ne? Ja. Ich hoffe mal, dass da keiner ist. Und das hat sich bestätigt. Da ist einer. Wie geil. Ja, ja. So, und jetzt ab. Bam. Ja, ja, ja. Ja, könnt ihr. Ich verpiss mich. Komm, wenn der jetzt kommt, dann ist der so ehrenlos. Okay, er ist nicht ehrenlos geil. Geil, geil. Vierter, Vierter, Vierter. Okay, okay. Und er ist doch... Ah, nee, ist er nicht mehr. Okay, ich geh mal mit. Vierter kurz mal raus und mach mal so. Das ist niemand drin. Das ist ganz nice zu wissen. I hope der Tier ist auch so. Ja, okay, da ist auch niemand drin. Das ist sehr, sehr geil. Dann mach mal kurz zwei da rein. Ja, 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 ja. Uh, ja. Ah, schade, schade, schade. Wäre schon geil getroffen, aber leider habe ich den nicht. Komm, let's go, Junge. Das war mies knapp, aber egal. Einfach nur egal, einfach nur egal. Warte mal. Bam, warte mal, warte mal, warte mal. Es gibt eine Chance, dass ich es schaffe, ne? Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja? Also, wenn ich mich nicht irre, gibt es eine gewisse Chance, dass ich es schaffe, ne? Wenn ich mich nicht irre, gibt es... Let's go. Wie geil. Einfach mal kurz Erster. Schmeckt mir. 95. Die entscheidende Runde jetzt, da. Für... Rund 15. Die entscheiden. Die entscheiden. Für Rund 15. Für Squeak. Sondern zweite Bruder Rund 15. Oh, nur noch. Geil. Ich würde sagen, wir machen auch nur vier, aber fünf sind für mich echt zu viel. Ja, wie gesagt, das machen wir auch mal so Rund 20 und so machen wir auch mal. Ähm... Äh... Ja... Ah, Sandy jetzt zu fokussen. Nicht so geil. Oh, ne. War nicht gut, dass ich wahrscheinlich geschossen habe. Obwohl, eventuell hat sie es nicht bemerkt. Egal, 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 egal. Ah, schon fies von mir. Oh nein, 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 oh nein. Bitte. Let's go. Let's go. Die Kitte hat es nicht gesehen. Sobald Kitt mit Ulti da... Ich wusste es. Na, sobald Kitt mit Ulti da ist, ist man doch schon... Ähm, genau, Kitt will ich auch schon. Kitt, du bist so ein nerviger Kack-Kater, Alter. Wer hat dich überhaupt erschaffen? Welcher super Seil-Mitarbeiter hat sich das erlaubt, dich zu erschaffen? Ja, danke. Danke, noch mal mehr danke. Okay, sorry, ich hab nichts getan. Das wird mit einer Ahnung 10.000er Kack-Karrenge. Pia, 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 pia. Ja, wenn ich ihn jetzt so... Ohohohohoho, diese Kitt hat so Glück. Diese Kitt hat so mies Glück, Alter. Aber geschafft, geschafft, Leute, geschafft, geschafft. Rang 15, der zweite, der zweite Rang 15. Sieht schon geil aus, wenn man nur so wenige hat. Zwei Rang 15er, wen könnten wir leicht Rang 15 pushen? Äh, ja doch, 15, ja, 15. Hm, Hank hat viel Leben. Grum ist nicht so stark, hat auch nicht viel Leben. Belle kann ich nicht damit gut umgehen. Genie ist Rang 14 noch nicht. Hank. Kann man probieren, ja. Gib deine super Seil-Mitarbeiter ein. Keine Ahnung, ich hab's mir nicht durchgelesen. Warum Kenji? Warum, Leute? Warum Kenji? Kann ich zwei eventuell? Nee, kann ich nicht, ne? Ach, komm, verschwenderisch. Will ich das jetzt noch einmal machen, ne? Noch einmal? Oh, meine Güte. Super, bitte fix mal diesen Back, Alter. Oh, Junge. Das kann man sich doch nicht denken. Endlich, Digga. Endlich nach. No, nee, ich geh weg. Sorry, sorry, Kenji. Sorry, Kenji. Ich mach dir mal kurz das Video frei. Oh, nee, nee, nee. Ich verpisse mich. Naja, also machen. What should I do? What should I do? What should I do? Nee, nee, ich verpiss mich hier. Ich verpiss mich hier schön. Wenn du mich angreifst. Riff, dann bist du gefickt. Ja, Byron. Jetzt hat man ein bisschen Stress mit denen, okay? Jetzt hat man Stress mit denen, Byron, ne? Ich will dich das mit denen, Byron, also. Bitte, 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 bitte. Da ist er mal drin. Das ist so ehrenlos, dieser Typ. Da ist er mal drin. Ja, das ist leider getötet, ne? Ich finde es dumm, dass man diese von Hank... Dass man diese Dinger von Hank sieht. Das finde ich so dumm, als er diesen Angriff. Das finde ich voll dumm. Ja, mach mal. Uh, der geht... Ja, ja, der war schon mies, der war schon mies, der war schon mies, ja. Oh, 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 oh. Ja, dritte. Ist ganz geil. Würde ich mal machen, so bam. Ja. Ja, das ist doch. Geht auch. Ich meine, es war ein mieses Nosekel gewesen, kann ich auch selber einsehen, aber schmeckt mir schon, ne? Zwei Gains noch, dann hätte ich es. Hätte ich den dritten Brawler an 15. Oh, bitte, 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 bitte. Ich will das nur schaffen, okay? Ich will nur... Genau. Und jetzt... Und kein Stress mit irgendeinem anderen... Oh, sag mir jetzt bitte nicht, dass der mich fokust. Och, ne, der fokust, der mich... Der ist ein scheiß Ernst, Alter. Der will mich fokusten, ne? Der will mich wirklich fokusten. Der will mich mies fokusten, Alter. Ja, Digga, was soll ich machen gegen ihn? Jetzt ehrlich, was soll ich machen? Junge, was soll ich gegen Kenji machen? Was? Was soll ich gegen Kenji machen? Ehrlich. Ach, nur mit dem Flick weg. Weiter pushen, yay. Ich halte das nicht raus. Ich habe so lange nichts mehr gegessen. Ich bin mies angry. Dieser Kackmoy, Alter. Ich gehe jetzt direkt auch mies aggressiv, Alter. So, du Kackmoy, Alter. Das riecht einfach richtig fett in die Fresse. Das wird einfach verdient, Alter. Danke. So, erst mal Rache genommen und so passt es. Musste jetzt sein, sorry. Bam. Gerade ernst. Bam. 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 Jetzt endlich. Dieser Kenji hatte ich nicht. Ich stimmte an sich, der Angriff. Mein iPad, was macht es? Ich muss, ich muss eigentlich, ne? Ich muss doch nicht. Ja, ja, alles klar. Alles klar. Ich gehe da einmal runter, Digga. Unten ist die halbe Welt. Was soll ich machen? Jo, sorry. Was soll ich machen? Äh. Jo, ich stelle gerade unten. Ich soll sagen, lass mich... Ah, nein. Will ich mir versprechen nicht halten. Wir müssen vier machen. Ich muss vier machen. Ja, wer hat mir das Nächstes gepusht? Ich sag... Bell oder Grum. Keine Ahnung. I don't know. Also einer von den beiden, Dig und Tief. Ich habe jetzt wirklich keiner gekillt. Danke. So. Und jetzt greift diesen faschissenen Cutter. Was kann der? Ulti-Bum mehr nicht. Aber egal. Man sollte nicht ausrüsten, Browsers. Man soll mal nicht ausrüsten. Wer hat das erfunden? Wer hat das erfunden, das will nicht ausrüsten. Wer? Ich halte YouTube. Kein Bock mehr. Äh. Kann man auf beiden Handys... Kann man auf beiden Geräten, wenn ich Browsers gleichzeitig zocken? Wird dann die Runde unterbrochen? Oder wird dann von meinem Handy aus alles unterbrochen? Keine Ahnung. Habe ich noch nie mit erlebt. Aber egal. So. Ich verstecke mich jetzt hier unten. Für meinen Läden. Oder gesnack mir nochmal diesen Incubement. Keine Ahnung. Warum gönnt sich da keiner? Ähm. Ich mache mies Schaden. Deswegen mache ich mal kurz so. Und ich hau ab. Sorry. Ich habe nichts gemacht. Sorry. Sorry. Ich habe nichts gemacht, Candy. Ich habe nichts gemacht. Digga. Ich habe vor Candy mehr als nur Angst, Digga. Ich habe vor Candy mehr... Mehr als nur Angst. Wenn ich Candy eines Tages habe, Digga. Er war ein 233er-Push. Das ist richtig. Ich bin sicher. Ich finde es so krass. Bei Candy ist der einzige Broder, der wirklich geradeaus danach schaut, wenn man so einmal rummacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier habe. Aber ehrlich. Ja. Kenji. Geil. Bitte. Nein. Bitte. Nein. 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 Bitte nicht. Ich will halt nicht, dass die Ulti an mir auflädt, der, 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 der Gott, ich will nicht, dass die Ulti an mir auflädt, weil er lädt an mir Ulti auf. Ja, what should I do in this situation? I make this, this, and you're holding up of this and make this, so. So, puhe ist ja zu engst, ne, ich glaube ja noch, ich, aber egal. So, hm, ich schieße nicht mehr, ziele ich, ne? Sein Problem, hätte ich gesagt. Ha, was hat er da vor? Ja, ne? Er macht den, er ist mies schlau, ist mies schlau, bam. Junge, kann man sich doch nicht denken, danke, Cordelia, ist mies geil, dass du mich. So, wir lassen das, korrekt. Solche Leute finde ich Tore. So, letzte entscheidende Game für Rang 15, let's go. Habe ich drei Broters schon mal am 15 gemacht, das ist ganz geil, 4 mache ich, wie gesagt, 9. 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Das geht, ne? Oh, es geht, geil. Nein, bitte, bitte. Ich komme in die Uni, oh, sorry, sorry. Achso, es ist kein Handy, das ist nur, ja, dann geht. Dann geht ja, dann geht ja noch. Es ist ja nur ein Chester, dann geht er ja noch. Ah, längst ein Chester, ne, längst. Ich bin jetzt so dumm wie die anderen. Ja, längst auch, ne? Denkste? Denkste? Der denkt, ich falle drauf ein, ne? Ja, viel Spaß mit dem Handy, da oben. Viel Spaß, viel Spaß, Gondi, Gondi. Gondi, viel Spaß mit dem da oben. Ich gucke das auch nicht mehr. Ja, oh, es war gar kein Handy, war nur ein Squeak, okay. Squeak, okay. Ja, okay, der Squeak ist minim. Okay, er wurde mir eliminiert, schmeckt mir schon. Also, I mean, oh, das schmeckt mir schon, ne? Lass ihn doch lohnt machen. So, bu, kack, Chester. Ehrlich. Weißt du, was ein Kackwichser du bist? Sorry, Leute, sorry. Kann man sich doch nicht erklären lassen. Das kann man sich doch nicht erklären lassen. Guck ihn da, er läuft gar nicht nur auf mir. Was soll ich machen, da oben runter, was soll ich machen? What should I do in this situation? Wenigstens, wenigstens, Rang 15. Das ist mit dem, okay, kill, ja, okay, aber, Digga, dann gleich Daumen runter. Was soll ich machen? Was soll ich machen, ehrlich? So, jetzt kommt der vierte Brawler. Brawler. Willen fragen wir heute aus. So macht mein Englischlehrer. Ja, und ich habe auch noch Englischlehrer. Ich habe das nicht von irgendeinem komischen Menschen gelernt, wie ich es immer sage. Janett, Moe, Sam, Mac und keine Ahnung bei den anderen, Mann. Oh, ich sehe jetzt schon mich verkacken, ehrlich gesagt. Geht der Back eigentlich auch so normal? Der Eckenback, geht der auch so normal? Nee, ne? Nur in der anderen Hole, nur in der Hole, ne? Ja, nur in der Hole, schade. Ja, schon geil. Ja, der Back eigentlich ist mir echt geil, ja. Oder? Ja. Okay, ich habe jetzt nicht eins vorgeschrieben damals, nochmal neu. Komm. Doch, der geht auch, der geht auch. Habt ihr gerade gesehen? Der geht auch. Och, ehrlich. Nee, Grum, nee, 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 doch nicht, Grum. Grum hat es heute doch nicht ausgefallen, er ist so schlecht. Da haben wir heute Bellen ausgefallen, ehrlich. Ach, der hat nicht eigentlich genauso viel Leben. Scheiße, der hat eigentlich genauso viel Leben. Oh, nee. Der ist sogar noch schlechter. Oh, ich bin ja generell schlechter. Oh, nee. Piper, Nani, ah, ja, 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 I mean, okay. Es ist ganz okay, warte mal, kann ich nicht eigentlich den Nani direkt? Eventuell kann ich den Nani eliminieren, wenn ich Glück habe. Boah, geil, ich habe Glück. Neu. Ich sage, der beste, für mich der Clown-Pin ist der Boxen-Pin. Der da. Da oben ist ein Gray, der ist slow, der schmeckt mir. Ja, ja, ja. Komm her, 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 komm ruhig 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 her, Spaß. Nein, wenn du mich jetzt fokust, ne? Bist du jetzt irgendwie los? Komm, ja. Let's go, Alter, komm. Bam. Bam, Alter. Ja, 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 ich kann dich auch fokussieren. Ey, Frank, wirst du Stress? Frank, wirst du Stress? Frank will wirklich Stress, ne? Frank, haben wir seinen Opfer? Ja, die sind natürlich, das ist natürlich jetzt tot, das ist natürlich auch nicht so gut, Alter. Komm, bitte, let's go, Alter. Let's go. Ja, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal, jetzt am Runde macht's scheiß drauf. Let's go, welches Zweiter schmeckt mir, ja, mir. Wenn ich jetzt auf Browsers draufgehe. Passant, passant. Nein, nein, nicht auf Browsers mit meinem Handy, nein, nein, nein. Also, ich habe gerade ein billigeres Handy, das ist egal, egal. Nein, 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 Kenji, nein, 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 Kenji, nein, 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 Kenji, nein, also was Kenji angeht, nein, da können 10.000 cubes liegen, wenn er Kenji ist, nein, 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 oh, nee, jetzt ist er noch ein Kenji, wird mich doch verarschen, oder, eigentlich voll das geile Spray vom Bellen, oder, ne, was, Ja, 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 geht schon, ich halte, ich halte das nicht aus, das ist eigentlich ein Haribo drin, Diabetes, geil, ich weiß halt nicht, soll ich jetzt schon rausgehen, Gut, dass ich noch gewartet habe, wenn noch keiner noch jemand rausfliegen, das wäre sehr, sehr korrekt von dem, der jetzt rausfliegen würde Ja, ich sollte abschnuppen und Frost klingen auf die Kill bitte den Chuck, ich möchte Dritter, Dritter von Dritter werden, bitte kill doch einfach nur den Chuck, was ist daran so schwer, kill ihn doch Komm, bitte, 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 let's kill es is ok, is ok, is ok Kenji, wenn du ihn jetzt noch killst, dann ist das große Ehre, maakenszi Manisch Let's go, nein, 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 nein Aua, fuck. Scheiße, ich glaube, ich habe... Ah, ich habe mir gerade... Ah, mein Finger eingezweckt. Tick, ja, war... Hat gerade der Chuck den Kenji-Kart gekriegt? Respekt an den Chuck, Alter. Also jetzt wird Chuck 70 gepusht, genau. Geht halt nicht, aber egal. Mach ich das. Ist ein Bot, ich fühle... Ja, dieser Search, der kann ja nichts. Ich muss campen. Außer der Pearl, der carried... Was will ich mal wieder alles? Mhm. Der Pearl, der wird alles machen. Ja, ich kann durch Wände durchschießen. I don't know why. Warte mal, kann ich das machen? Oh, jetzt fokust der mich jetzt nicht ernsthaft bis zum Tode, oder? Der macht das jetzt nicht wirklich, oder? Junge, was soll ich machen? Ehrlich? Ich muss da doch unbedingt was essen. Ich bin nie so schlecht, ich glaube. Das ist der letzte Brawl, natürlich. Wenn ich jetzt bei einem Kenji... Kein... Ein Kenji. Ein Kenji. Och, nee. Oh, der macht doch noch diesen Daumen runter. Oh, ich seh mich jetzt schon an dem genau an dem verkacken. Sind wir jetzt schon irgendwie an dem verkacken? Ich muss gar nicht mal schlecht mehr spielen. Wenn ich hier einmal sehe, Digga, ich renne weg. Ich renne nicht nur weg. Ich mache Speedrun das Jahrhundert. Ist okay. Ein Ash ist ganz okay. Ein Ash ist ganz nice. Korrekter Typ. Blablabla. Aber Kenji, ne? Der, 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 der. Da ist Schritte gezogen, der Kenji, ne? Der, der da ist, ne? Da ist Schritte gezogen. Ash, so. Ja, Ash, ne? Genau, Ash. So, und du bist jetzt mal genau so, wie du bist. Ich snagge mir den Ohrentau direkt ab. Directly. Wie geht... Kenji... Oh, nee. Der Gast ist mir... Das ist so... Das ist so... Jo, was hat da Byron Kenji... Das ist so... No, geil. Der war safe. Mies Scheiß. Mach mal mit dir die Mode. Ich habe Bock. Oh nein, oh nein, oh nein. Da ist der Byron, da ist der Byron, da ist der Byron. Ach komm, halt deine Fresse. Ich will doch nichts mit dem zu tun haben. Ich habe keinen Bock mit dem was irgendwas zu tun haben. Also ehrlich. Ich habe keinen Bock mit dem irgendwas zu tun zu haben. Tun zu haben. Ja, und jetzt gibt es noch ein bisschen wieder hier oben. Es wird ein bisschen wieder mal nach da oben. Keine Ahnung. Da ist safe jemand. Oh, bis hier auf, Alter. Oh, nee, Alter. Das mögt mir jetzt schon nicht. Komm, 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 komm. Ich bin ein Macher. Ich bin überhaupt kein Macher. Scheiße. Au! Au, aber doch, Dinge. Digga, das Ende war so ehrenlos. Es war so ehrenlos, aber egal. Es war so miet-ehrenlos. Wenn ich diese Runde als Erster wäre, dann hätte ich entsprechend die perfekte Anzahl. Oh, geil. Hätte ich es geschafft. Geil. Let it the fucker go go. Der erste Hübschmann ganz schnell. Ich sage, Bell braucht unbedingt die 6.000 Leben. Ehrlich sein soll, wenn ich ehrlich sein soll. Bell braucht, glaube ich, wirklich unbedingt 6.000 Leben. Anders kommt die wirklich schlecht. Und sehr schwer durch die Runden. Ja, 6.000 ist wirklich so ein Minimum, was Bell wirklich brauchen könnte. Ja, bitte. Nur so. Ha! Ist das geil. Oh, nee, Digga. Null! Wie geil! Oh mein Gott, dann muss ich noch zweimal Zweiter werden oder zweimal Erster. Oder dreimal Dritter, oder? Nee, zweimal. Dreimal. Nee, zweimal Dritter, ne? Ja, zweimal Dritter, oder? Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ne? Keine Ahnung. Cube. Cube, 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 cube. 5.000 Leben ist auch okay. Komm. Her damit. So, und jetzt durchspammen, spammen, spammen, hier. Durchspammen. It's good, it's good, it's good. Oh, ne? 2.000 Schaden sind schon mal drin? Oh, nein, 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 nein. Ich mach schon mal 2.000 Schaden pro Schuss. Okay, 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 okay. Okay, okay. Wenn jetzt dann, ne? Wenn jetzt dann keiner stirbt, ne? Dann raste ich auf. Let's go. Jo, was ist denn? Ja, oh, nein, das ist ein Candy in der Runde. Och, ne, oh, ne, Alter. Och, ne, Digi. Bitte, bitte, bitte. Och, ne, oh, ne, bitte nicht. Ich will nicht Achter werden, bitte. Bitte, Griff, hab bitte mal Ehre, Alter. Hab doch Ehre, Griff, bitte. Junge, er hat nicht Ehre. Ich bin wieder 17. Wieder mal 17. Und Clownpin. Ha, was soll ich machen? Er ist schlecht. Eigentlich. Na ja, schon. Ich weiß nicht, der Byron hätte noch eine Chance gehabt, gerade eben. Aber ich hab ja nicht mal eine Chance gehabt. Wenn jetzt die Lilly auf mich geht, ne? Dann raste ich mehr als nur komplett aus. Ich verpiss mich. Okay, da kann doch gar keiner tun. Oh nein, 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 oh nein Nein, Moe. Okay, gut, er hat mich nicht gesehen. Er ist Moe in Er. Ja, Moe ist in Erma. Let's go. Ich mach Plus, ich mach Plus. Nein. Nein, wenn es zu mir geht, ist es nur ein bisschen zu sehen. Ich musste. Ich muss. Ich mein. Ja. Ach, wir haben auch schon wieder den PIN. Das war so klar, I mean. Das soll ich machen. Ich bin dann mal ins GIF reingegangen. Ich hätte nicht mal mehr. Ich hab schon aufgegeben, praktisch. Entschuldige, du. Nein, das hier tue ich. Let's go, ne Botsrunde. Mal wieder. Endlich, Alter. Endlich. Kann ich eventuell sogar gegen Bots verkacken? Geil. Hab ich grad gegen die Kiste geschossen? Aber das hat's nicht angenommen. Ich raste hier. So, au. Nein. Nein. Nein, oder? Nein, wenn du mich jetzt Fokus nimmst. so. So. Ach, Junge. Was haben alle gegen mich immer? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, Barley. Nein, 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 nein. Barley, nein. Wenn du mich jetzt auseinandersetzt. Nein, dann will ich dich jetzt auseinandersetzen. Nein, 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 nein. Du, Barley, du willst, ne? Der wollte... Nein. Nein, 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 nein. Nein, bitte nicht. Nita, bitte. Hab doch mal minimal Ehre mit. Nein, 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 nein. Nita, nein. Bitte, Nita, nein, 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 nein. Bitte, Nita, bitte, Nita, bitte, Nita. Bitte, Nita. Oh, Junge, Daryl, wohin geht deine Kackrolle, Alter? Komm, entscheidende Grund. Scheiße. Ach, ich hab fast nur verkackt und es ist so kein Botz. Wie geil. Ich muss mies wieder üben, ehrlich. Ich muss Brosses mies üben. Bitte, Botz. Jetzt keine Bots. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Ach, du Heilige. Ich will nur diesen Cube, oder ist okay? Ich will nur diesen Kack-Cube. Ich will... Nein, nein, nein. Warum? Warum geht genau jetzt mein iPad auf? Warum? Genau jetzt. Gott, dieses... Scheiß-iPad, Alter. Ehrlich? Ich greife dir das nicht an. Ich greife dir das nicht an. Ich bin nicht so ehrenlos. Ich greife dir das nicht an. Ich mach schon mal kein Minus. Das ist ganz mies, geil. Man muss im Brosses auch mal mit Ehre spielen. Man darf nicht nur so ehrenlos sein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Ja, okay. Keine Gedanken, Gedanken. Jetzt so. Tötigen, tötigen. Bitte. Ich hab keinen Bock zu stehen. Bitte, bitte. Ich will nicht mehr. Ich kann das alles nicht an. Sorry, muss ich. Das muss jetzt sein. Let's go! Ich hab's. Scheiß drauf oder so, Digga. Ich hab's, Alter. Ich hab's. Let's go, Digga. Ich hab's einfach mies. Ja, Leute. Ich hoffe, ich hoffe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, ciao. Ich hab's. Alles klar.